Ich glaube, du kennst es. Nee, von Dank, warte mal, kam ich. Äh. Oder wo komme ich denn jetzt her? Ach, da muss ich hoch. Ja, hopp, one hip. Wo komme ich denn jetzt hier hin? Okay. Im Moment drei. Ähm. Oh, da wagt er aber ganz schön mit seinem Arm. Äh, warte mal. Ich will mich doch noch ein bisschen umdringen. Ich mach gar nichts und der Arm bewegt sich so stark hin und her. Ja, das ist echt unglaublich. Eieieiei, da trabe ich doch mit Sicherheit mich. Äh. Boing. Und. Och komm, da dreht er seinen Kopf weg, ey. Ich hab noch vier von den Dingern. Boing. Aufm Kopf. Ähm. Und. Aufm Kopf. Und. Und. Wenig getroffen. Na komm, leg dich hin, du komisches. Ja, genau. Wie kannst du da nicht treffen? Du, da hat die doch eigentlich genau drauf was bei denen. Ich geh mal ein bisschen runter. Ähm. Ähh. So, komm mal her. Boing. Na so. Ach, noch mehr. Ne, ist klar, jetzt kommst du da nicht hoch. Ach, wie blöd ist das denn? Auf einmal kommt dann noch mehr. Hier war noch keiner mehr da. Na, ich kann den nicht hier. Alter, das ist ja mal kacke. Die rollen doch weg. So. Kann sich ja nicht, äh, anvisieren. Ähh. Was haben wir denn hier? Äh. Laserjuck. Moment, ich muss das einsammeln. Jetzt sammelt das doch ein. Was haben wir denn da? Waffenschnur. Waffenschnur. Metallspitze. Da auch. So, her damit. Und das auch noch. So. Auch noch ein Speer wieder. Gut. Das waren glaube ich dann alle. Hä? Was blinkt denn da noch? Ah. Traumgötze. Ja, was ist denn auf dem Boden? Hallo. Da. Hm. Na gut. Ähm. Da geht's hoch. Äh. Blinkt das jetzt hier? Oder woanders? Ne, es scheint woanders noch zu blinken. Okay. So. Dann kletter ich hier mal. Oh. Ja. Macht auch keine Rolle. Oh Gott. Der kleine. Der kriegt da den Felsen wohl. Ja klar. Let's gun it. Give it a push. Hm. Ähm. Ne. Da kann er nicht weiter. Okay. Wieso kann er da jetzt nicht weiter? Ähm. Ich wechsle mal. Boom. Nein. Ähm. Ähm. Ich will hier auch nichts machen. Ne. Er kommt ja von hier nicht weiter. Ja. Ja. Das ist es. Ja. Das ist es. Ja. Das ist es. Nicht mehr. Lass mal gucken. Haben wir irgendwo was anderes jetzt geöffnet. Du bist so groß, Digga. Mit der kann man gar nicht richtig gucken. Äh. Und sonst? Ne. Da ist nichts. Fängt ihn noch weiter da hin? Ja. Und er schiebt und schiebt. Hm. Habe ich jetzt was geöffnet? Wie es aussieht? Noch nicht. Ne. Äh. Da muss er noch weiter fieber. Da. So. Da hat er. Den Felsen. Äh. Blink da. So. Hier kann er auch wieder schieben. So. Ja. Hm. Hm. Oh guck mal. Es gibt ja was ganz großes. Aha. Ja. Lass doch los. Nein lass los. Oh. Ne. Jetzt geht es von ganz alleine wieder zurück. Ey. Das ist doch. Dass du das nicht anhalten kannst. Ey. Nein. Mach doch mal nach links. Ja. Du willst loslassen. Du drückst dann zum loslassen. Ey. Und dann dauert das erstmal bis der loslässt. Hm. So. Lass los. Mann. Das dauert immer ewig. So. Ach. Komm wieder drei. Ja gut. Er ist so groß und dick. Und dann. Er wird damit ja leicht fertig. Matsch. Und Matsch. Na komm her. Lässt du dich mal treffen du. Komisch ist hier. nicht rein. Der lässt dich nicht treffen. Das gibt es doch gar nicht. Kann der dich mal treffen lassen. Was ist denn? Der weicht ja alles aus. Der weicht ja alles aus. Ey. Das gibt es doch gar nicht, Mensch. Was macht der denn? Was macht der denn? Du kannst mit dem Fuß versuchen. Du kannst mit der Hand versuchen. Der weicht alles aus. Na jetzt aber ey. Meine Fresse. War der schwer. Schon wieder welche. hier. Grün. Grüner. Pudding. Ja ey. Ähm. So. Ne. Das hat das Ding wieder. Warte mal. Wo bin ich denn jetzt hier rum? Wo muss er denn denn suchen? Hier liegen viele Sachen auf und Dings. Ähm. Kam ich jetzt. Oh Gott man. Ne. Hier sind ja die Dinger. Ja. Ey. durch diese Kämpfe und den. Ey. Das kann doch nicht wahr sein. War ich jetzt bei blau und komme ich nach gelb oder muss ich von. Äh. Ich habe es nicht gesehen. Aber laut Karte. Da muss ich den ja hier bewegen. Hm. Und das Ding dreht sich auch so lange alleine bis da irgendetwas ist. Bis er nicht mehr kann. Ne. Hm. Bei den großen Dicken ist die Kamera so nah hinter den Rücken ey. Da du so kaum was sehen kannst. Hm. Ist aber immer nur eine Seite offen. Ähm. 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 Das ein Blink. Jetzt blinkt das da. Jetzt blinkt das da. Ja. Huh. Donnerwetter. Hm. Da 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 ne. In der. Also ist er an eine blöden. Hier. Die. Ne, da ist jetzt gar nichts offen. So, jetzt muss es aber hier. Ach, da sind ja von welche. Wie kann das sein? Hallo, ihr Kleinen, ich komme. Tag. Und matt. Okay. Und weiter drehen. Alter, wie oft musst du denn drehen, sag mal. Boah. Was haben wir denn hier? Lass doch los. Das dauert immer wieder. Wow, look at this. Aha. What do you think this does? Hm, gute Frage. Was ist das hier? Ups. Huch. Also unsichtbar. How did you do that? Was hat mir doof wir bekommen? Unsichtbar. Okay. 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 Wir sehen. Jetzt morgen. Jetzt noch mal hier. Welcome again. jetzt sind da kommen wir nicht rüber das ist ist das mehr Trolls? dein Haus? deine Familie? ich dachte so ich bin sorry zumindest wir sind nicht alleine ich weiß es tut nicht es tut nicht tja wie geht es da jetzt weiter wechselt das Automat ist auf mich ok was haben wir denn hier da brauche ich die blauen Pfeile was habe ich hier Moment äh wo war jetzt da waren meine Pfeile äh ja ok ich brauche blaue ähm äh 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 ne wenn ich jetzt hier bin dann Sehe ich nur die Talente und Fähigkeiten und so weiter, dass ich die da so Art kaufen kann. Ist meine blau? Ne. Ich muss doch irgendwo blaue herbekommen, also dass ich die basteln kann. Hier sind natürlich. Da kommen welche. So, der ist weg. So, der ist auch weg. So, einmal wechseln. Ich würde mal sagen, aufsteigen. Bin ich sicherer da oben? Dann gucke ich mir hier mal die blauen Sachen an. Ja, genau da kommen die raus. Moment, das Ding mache ich noch zu. Und dann mache ich erstmal Fluss für heute. So. Oha. Ja. Und? Das Ding ist zu. Matze, pampe, pampe, matze, nein, noch nicht. Und der wird wieder so verdammt weh der Hauptblink hier. Wow. 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 So, jetzt kommst du zu, ach das ist noch so ein Hoppling. Boah, die sind aber schwer zu treffen. So, na, dann mache ich das auch bei dir, so, in Ordnung, ach noch mehr, ist doch nicht wahr, du bist gleich Matsch, und der auch, so. Okay, dann wechsel ich mal, das kann ich einsammeln, das blinkt, so, geht nicht mehr. Die blauen brauche ich. Ja, diese werden die perfekte Speer machen. Jawohl. Blaue Scherbe. Ja, damit. Mhm. Es ist jetzt bei mir 0 Uhr 40, heute am 18.04. So, ich habe 28 Minuten auf der Uhr. Wie viele kann er denn jetzt noch mitnehmen? Okay. Okay. Ähm. So, ich habe blaue Spitzen. Warte mal. Blaue Spitzen. Ich bitte, ich bitte, ich bitte. Wie war das noch mit dem Basteln? Ich habe sie wieder vergessen. Äh. 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 Knorren, 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 Dingens. Grün? Ne, ich brauche blau. Da ist blau. So. Ah ja. Hm. So. So, ich habe jetzt eine. Nein, hier ist blau. Meine Fresse. So. Äh. Ach Gott. Wo kommt die denn her? Äh. Äh. So. Mach die Pampe. Äh. Haben wir gar nicht gesehen auf dem Radar. Äh. Ähm. Mach die Pampe. So. Dann. Komm mal hoch. Ich muss hier wohl. Warte mal. Ähm. Ne. Jetzt kommt einmal hier rum wieder. Und dann war hier irgendwo eine blaue Wand. Oder wie sehe ich das? Ja. Da ist eine. So. Äh. Dann lass mich mal hier runter. So. Dann lass mich mal hier runter. Dann nehme ich jetzt den blauen. Und. Wupp. Hihi. So. Äh. Neh mich mal hoch. Kleiner. Äh. In Ordnung. Dann hab ich ein bisschen was geschafft. War jetzt nicht so viel. Aber. Immerhin etwas. Dann kann ich jetzt nach einer halben Stunde ausmachen. Die Folge beenden. Mich bedanken. Dass du da warst. Und dann geht's nächstes Mal weiter. Bis dahin. Bleib gesund. Oder werde gesund. Und dann sage ich. Bye Bye.